Ich bin jetzt. Hier sind wir noch nicht genug verdeckelt. Und da warte ich noch mal eine Woche, da sind mehr Drohnen verdeckelt. Die fliegen ein bisschen mehr. Da sind wieder Schwarmzellen, also Ansätze. Das sind keine ganzen. Die sehen ein bisschen größer aus. Das ist aber auch noch kein Alter. Und eine Imkerkrankheit ist immer, den Schmucker dahin zu stellen, wenn man gerade nicht rumkommt. Und... Wenn es mal richtig laut brummt um dich herum, dann setzen die Drohnen ihre Geheimwörfe ein. Weil die haben wirklich einen markanten Ton, aber sind stachellos. Das heißt, sie lärmen rum. Die können nur Lärm machen, das war's. Das ist ja wie in der Disco. Ja, das ist echt so. Das sieht gut aus. Da ist die Königin. Das ist auch mal eine große Königin jetzt. Ja, alles ist relativ. Ich habe irgendwelche Insekten im Kopf, wo die Königin wirklich unförmig groß wird und sich gar nicht mehr bewegen kann. Das sind Termiten. Die sieht aus wie eine pulsierende Bockwurst. Ja. Und ist wirklich 20 oder mehrmals größer. Ja. Vielfach. Die kann sich aber echt nicht mehr bewegen. Die wird nur noch vorne gefüttert und hinten werden die Eier abgenommen. Ja. Das sind dann so Waben, die schon viel bebrütet wurden. Die werden dann einfach immer dunkler. Die muss ich dem dann auch irgendwann wegnehmen. Dann kriegen die wieder frische. Da, hast du gehört? Das sind Drohnen. Das heißt im Grunde, die lautesten sind die ungefährlichsten. Ja, genau. Ehrlich gesagt, das sind fliegende Penisse. Bei denen haben die wirklich nichts anderes im Kopf. Und es gibt nur wenige Chancen im Jahr, wo sie dem nachkommen können. Und dabei reißt es denen auch ab. Oh. Ich wollte gerade sagen, das ist wie bei Menschen. Aber gut, abreißen tut er nicht. Ja. Aber dann sind sie glaube ich auch sehr glücklich. Ja. Ja. No rest, no fun. Ja. Genau. Das ist deren einziges Ziel. Ja. 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 Die ist da noch drin. Ja. So. Und wieder rein. Hält es ja nicht aus. Du musst die Flucke eben an die Seite legen. Ja. 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 Also wenn du sie... Da liegen wo Blitze denn. Genau. So hellen es. Das sind Jungfernwaben. Da wurde noch nie drauf gebrütet. Das ist überhaupt eine hässliche, da wollen sie gar nicht drauf sein. Sehen die das auch so, dass die dunklen nicht so schön sind? Die dunklen jetzt nicht, aber irgendwie stimmt am Wachs vielleicht was nicht. Oder das ist eine sehr alte. Und sie ist sowieso am Rand. Die mögen sie hier nicht so doll. Die Randwaben. So. Eine rein. Die Klorenz wird gerannt. So. 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 Zum Spaß zeige ich dir jetzt mal eine schöne Honigwabe. Die ist noch nicht mal voll. Normalerweise, wenn die erntereif ist, hier sieht man, hier glänzt der Honig und der Nektar drin. Wenn alles verdeckelt ist, dann hast du hier, weiß ich nicht, drei Kilo auf einer Wabe. Das ist aber nicht zwangsläufig der voll. Nein, da müssten sie noch ein bisschen mehr fliegen. Also eine volle Wabe wird verdeckelt? Genau, und wenn der Honig reif ist. Hier ist glaube ich keine Biene, da kannst du mal anfassen und kurz anheben. Da ist richtig Gewicht drauf. Oh ja, das sind ein, zwei Kilo? Ja, zwei bestimmt schon. Guck mal, die Seite ist fast voll. Fehlt nicht mehr viel. Die andere kann noch ein bisschen mehr rein. Und komischerweise haben sie in der Mitte nichts rein getan. Also so in einer Woche könnte der reif sein. Was heißt reif? Die sammeln ja Nektar, was noch kein Honig ist. Und eine Funktion ist unter anderem, das ganze Wasser aus dem Nektar zu kriegen. Ach so, und das? Und das machen sie, indem sie den immer aufsaugen, weitergeben, bei der Gelegenheit trocknet ja. Sie fächeln viel und indem sie den aufnehmen und wieder abgeben, die haben ja so einen besonderen Magen dafür, geben sie auch immer ein bisschen Bienenspucke mit rein. Und da sind Enzyme drin. Und die machen den halb gesünder. Ist doch sowas wie fermentieren? Nee, fermentieren ist mit Mikroorganismen. Und die tun da was rein, damit gerade keine Mikroorganismen reinkommen. Aber sie verfeinern den Nektar, um Honig draus zu machen. Und nur der Honig ist lagerbar. Das ist immer die Drohnenwabe bei mir. Das sind jetzt alles große Zellen. Hier sind nur Drohnen drin. Da ist ein Drohn. Dicker. Na, die sind heute ein bisschen unbehalten. Woran liegt das? Die sind alle zu Hause. Auch die alten Tanten. Und die alten Tanten sind manchmal ein bisschen biestiger. Am liebsten ist die Königin auf diesem. Jetzt fliegen gleich ein paar auf, weil ich diese hier abstoße. Ich kontrolliere jetzt nur einmal, ob sie... Ich kontrolliere jetzt nur einmal, ob sie... Ich kontrolliere jetzt nur einmal, ob sie... Königinzellen ansetzen. Das heißt, ob sie Lust haben zu schwärmen. Was... Was... Es ist eine Hand. No, das ist eine Hand. So müssen Brutflächen aussehen, ganz viel verdeckelte Brut. Hier ist eine kleine Schwarmzelle, die ist aber leer. Hier ist es eine kleine Schwarmzelle, die sich in die Schwarmzelle und die Schwarmzelle Untertitelung. BR 2018 ... Und hier ist die Königin, die hat einen grünen Klecks. Zeig nochmal bitte. Die ist länger als die normalen Bienen und daneben ist ein Drohnen, aber nicht so dick wie so ein Drohnen. Die sucht jetzt einfach freie Zellen, wo sie wieder ein Ei reinlegen kann. Jetzt bin ich gedacht, die sind noch viel größer. Nö, man muss schon manchmal ein bisschen suchen. Also eine Nummer größer gibt es die Königin noch. Das ist jetzt nicht die größte, die ich gesehen habe. Aber ich bin zufrieden. Dann habe ich den schon Waben geklaut und habe den neue Waben reingesteckt. Das ist diese hier. Und hier ist der Ansatz einer Schwarmzelle. Und da gucke ich dann immer rein, da ist kein Ei drin. Das ist nur das Spielnäpfchen. Also da wird keine Reise von. Wenn sich das jetzt nicht verweist, wie es noch ändert. Da sind noch keine Eier drin. Und hier hören dann auch schon die Eier auf, also die Brotfläche. Ich habe den zwar welche weggenommen, aber wenn die im Raps sind, dann sollte eigentlich die ganze Fläche voll sein. Und hier ist nur Futter drauf und ich weiß nicht wieso ganz viele Drohnen, die ganzen Dicken. aussehen wie so Kappebrommer. Tja, fast nur Drohnen drauf. Keine Ahnung. Und die Drohnen müssen sich immer füttern lassen. Die sind ein bisschen doof. Der Imker denkt dann immer, ach, warum muss ich so viele Drohnen haben. Aber das ist für das Gefühl der Bienen ist das wichtig, dass da auch Drohnen drin sind. Das machten sie schon gerade nicht. Das Umgeschiebe hier. Damit das nicht zu viele Drohnen werden, schneide ich die raus. Und da bauen sie wieder neue. Also hier werden jetzt nur Drohnen geschlüpft. Das sind große Zellen, genau. Und hier sind nur Drohnen drunter. Und da die Varroamilbe, die ganz lästige Krankheit, die wir uns eingehandelt haben, am liebsten in die Drohnenzellen geht. Das ist eine Methode, den Druck der Varroamilbe niedrig zu halten. Das ist auch noch mal eine Zelle. Da ist auch kein Ei drin. Hier sind auch viele. Ne, sind alle nur leer. Man sieht, kann man gleich nochmal sehen, das sind große Zellen. Da legt die Königin automatisch ein unbegattetes Ei rein und dann wird es eine Drohne. Und diese Drohnenmütterchen, wo wir vorhin drüber sprachen, die haben nur unbegattete Eier, werden zwangsläufig immer Drohnen. Das heißt, der Staat ist dann auch gar nicht überlebensfähig. Der ist nicht überlebensfähig. Dann fangen die Bienen teilweise alleine schon an, weil sie das merken, sich in fremden Völkern einzubetteln. Nehmen dann die Vorräte von zu Hause mit. Genau. Aber das machen die Bienchen dann individuell. Was man so denkt, dass die Bienen immer ihren Stock finden, das stimmt überhaupt nicht. Das sind ziemlich viele Bienen, die irgendwo anders reinfliegen. Bitte, können wir nicht mehr. Wie passiert das? Das weiß ich nicht. Also man kriegt es dadurch mit, weil diese... Besoffen durch Honigmeet. Weil die Varroa kann eigentlich nur getragen werden. Die Varroa ist diese Milbe. Ja. Die kann nicht selbstständig von einem Volk ins andere gehen. Ja. Wenn du deine Bienen behandelst und meinst, du hast die frei, frei von Varroa, dann kannst du drei Wochen später wieder eine Probe machen und ist genauso voll wie vorher. Das muss durch die... Weil sie von außen eingetragen wurde. Von außen eingetragen. Ja. 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 Ja.